Doppelt wären 200 Euro. Was macht der hier jetzt? Der macht sie 60, 70, 70 Euro vielleicht. Okay, scheiß Buch. Das war's. 68, 80, Kamera rauslassen. Die Reihe Zettel mit。 Die Gerihe. Das war's. Das war's. Die Gerihe. Die Gerihe. Die Gerihe. Die Gerihe. Die Gerihe. Vielen Dank. Auf der Akku lang noch. 50 Spiele, da können wir schon mal... 50er nachsetzen. Aber noch keine Vollreihe, noch gar nichts. Das ist alles so ein Kleinscheiß. Falsches im Boden hinten. Ja, ist aber auch voll drin. Okay. Machen wir ein neues Video. Oh! Oh! Wir müssen die Gäste anziehen. Wir müssen die Gäste anziehen. 40 Cent Oh, das Lichtsbild Kommt noch an Der Wahnsinn Und die 30 Becker noch Ah, schade 20 Noch mal 20 Wir haben jetzt 50 Okay, neues Video So, 1, 2, 3 2, 5 Scheiße, ein K3-Spieler. Doch, cool. Ich fand nur einen Zwickeln eingeschmissen. Ne, nur vom Atemkord. Hinten bucht es auch schon wieder. Ey Leute. Das sind 3.000 Euro. So, 2. So, 2. So, 2. So, 2. So, 4. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.